Ich will gestartet für GTA. Kannst du jetzt die Scheiße darüber ausmachen? Ja, ich bin wieder auf der 4U-Page. Hm? Von YouTube? Nee, äh, TikTok. Schau auf. Schick mal so ein TikTok-Video rüber von dir. Kannst du auch mal Hallo sagen zu meinen Leuten? Ja, guten Tag, Menschen. Hahaha, guten Tag, Mensch. Der beste GTA-Spieler, ich hab beide 10 Milliarden, ich bin, ich glitsche halt und modde und alles, das will. Der beste GTA-Spieler, ich hab beide 10 Milliarden, ich bin, ich glitsche halt und modde und alles, das will. Der beste GTA-Spieler, ich hab beide 10 Milliarden, ich bin, ich glitsche halt und modde und alles, das will. Der beste GTA-Spieler, ich hab beide 10 Milliarden, ich bin, ich glitsche halt und modde und alles, das will. Der beste GTA-Spieler, ich hab beide 10 Milliarden, ich bin, ich glitsche halt und modde und alles, das will. Der beste GTA-Spieler, ich hab beide 10 Milliarden, ich bin, ich glitsche halt und modde und alles, das will. Aber ich hab nur zwei verstehen. Digga, guckt grad wieder einer zu oder ich hab mir grad selber zugeguckt? So, lasst doch bitte real jetzt, wie sollst du das? I got demons coming inside. Wo findet ihr meinen Arsch im Erd? Oh, lecker, lecker, lecker. Ah, nein, Stream starten. Ich muss meine Finger ablecken, da war zu schnell. Mhh, lecker, lieb. Lecker, lecker. Hör mal, hör mal, hör mal. Hör mal, hör mal, hör mal. Hör mal, hör mal. Oh man, die Schisstüte ist schon leer. Oh man, die Schisstüte ist schon fast leer. Ja. So, ich bin einfach öffnet, ich glaub ich kann es mir ja damit säunen, ne? Ja, aber versuch allein in eine zu kommen. Ja, ich versuche es ja. Ja, mein Aschischermutter. Ich bin eh am besten da drin. Sag mal, wer startet denn da? Fortnite! Du warst, es heißt, nein, spielt's jetzt Fortnite oder was? Nein! Krieg auf! Digga, das ist so leicht, wie von Trapmaster. GTA mit Teufelsboss. Digga! Digga, das ist so leicht. Digga! Digga! Digga, das ist so leicht, wie von Trapmaster. Digga! Geh, Digga, ich kann es mehr machen. Soll es klein? Digga, ich kann mal ne Schroppkarre auch noch. Digga, was aus? Digga! Digga, sag ich mal ne Schroppkarre auch noch. Digga, was aus? Digga! 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 Ah! Digga! Ah, amof! Ah, amof! Amof meinte ich. Stream. Amof! Amof! Soll ich knarreln? Es haben mich halt übelst viele angeschrieben. Beziehungsweise mir eine DM geschrieben oder sie meine Comics geschrieben. Also mir wurden viele Kommentare oder DMs geschrieben, die sich so anhörten. Ich würde auch gern mit Resellen anfangen. In welchen Schuh sollte ich investieren? Auf was muss ich achten beim Resellen? Wie kann ich gut mit Resellen starten? Auf jeden Fall mal kurz vorweg, ich will kein Schuh. Bist du das mit dem linken Schuh die ganze Zeit? Ja, ich hab dem nach, komm mal. Aber ich hab die gleichen Schuh. Aber ein paar Grundlagen kann ich euch trotzdem sagen. Sacken. Geile Bande, Digger. Ich schloss dir keine Bande. Ich mach ein extra Screener, Digger. Woran ist... Woran ist fast gestorben, Bande? Oh, Digger, was das aus? Oh, Digger, dein arme Stream. Meine Leute, die Leute, die sind zu nassig. Tut mir so leid. Tut mir leid, Leute, für die kompetenten Ruhe. Ich hab dir das Video geschickt. Ich hab kein Video bekommen, Digger. So, jetzt musst du eins bekommen haben. Aha. Heute fahre ich mit meinem neuen E-Scooter. Es muss kurz warten, dann kann ich das richtig angucken. Hast du alleine gesitzt, alleine Sitzung? Hallo? Ich war grad in einer mit drei anderen drin, aber ich dachte mir so, nee, man kann sich auch mal was können. So, jetzt gleich mal's mir so angucken. Heute fahr ich mit meinem E-Scooter. E-Scooter. Und ich hab dir auch schon aufs Raul. Wer behindert ist, ums Scooter zu fahren, den kann ich nur kassulieren. Weißt du was? Was? Ich hab voll Bock auf so Salami-Brocken. Warte, hab ich diese Audio noch? ein Kollege von mir hatte lief mit so einem Typen und er hat halt binderte Videos von dem und so und ich habe eine Audio von dem Telefonat gemacht weil dem seine Mutter hat meinen Kollegen angerufen und ich suche die Karte beeilig hast du schon eine Sitzung? hallo dann suche jetzt bitte mal einen, ich klatsch das gleich ich such mit dir sag nicht die ganze Zeit Jonas Jonas und dann geh nicht aufs Wachhaus schick mal schick mal sag nicht die ganze Zeit Jonas Jonas dann geh nicht aufs Wachhaus dann sei doch mal ruhig wer labert denn die ganze Zeit? ja hier ist die Audio alter aber auch nur so leise ich sieht bei der Audio die Karte hat eine Sitzung ich habe eine Sitzung wo ich alleine bei Kopfschirr kommt der Kopfschirr die letzte Audio war richtig an Abkrieg das ist alles wegen Vermogen sagt die, sagt die, sagt die, dass ist auch nicht eierlos Das ist nicht einfach, Leute! Das ist nicht einfach, Leute! Das ist nicht einfach, Leute! Habt er Asthma gehabt? Ungestammt. Stell dir vor, guck, wir sind gerade den Berg hochgelaufen, ne? Und meinen Kollegen wieder nach Hause. Das ist doch, ey, Jonas! Er hat ja einfach angerufen, wir haben einen Sonnabflug bekommen. Jonas, Jonas! Und weg ist er. Hallo? Hallo? Ah, okay. Hallo? Hallo? Mein Alkohol ist kurz leergegangen. Dein Alkohol? Mein Akku! Mein Controller! Bist du jetzt schon mal mit drin? Ne, nein. Dann komm mal rein, Junge! Ich bin alleine in der Anruktion! Ich mach jetzt chinesische Musik an. Nein, bitte nicht. Copyright! Hallo? Copyright! Copy, Copy, Copyright! Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Junge, sie fressen Hunde! Schau mal an! Es ist alles. Schau mal an! Schau mal an! Es ist alles, was ich auch nicht stimmt! Es ist alles, was ich gewinnt! Wo ist das denn? Junge, die ist mit dem ganzen 5-gegen, ich halte die Runde! Was? Ich hab jetzt ne geisches Geistm rear! Hahahaha Für den ersten mal Copyright Ich hoffe du hast shit gelegt Hahahaha Hahahaha Ich wollt mich in Hanschen sehen Sie wollen mich in Hanschen sehen Doch die Augen sagt all dieser Tochter Hahahaha 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 Mama kurz, Mama kurz aus Mama kurz aus Mama kurz aus Juno Benz Ich guck mal ob ich alleine bin Ich schwör jetzt auf meine Mutter 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 Ich will's alleine dazu Ich kann mir noch gerne einen Screenshot schicken Okay, ich komm mal rein Also komm mal, ich mach jetzt mal ein ganz typisches Lied Und das ist auch keine Copyright Musik Ich hab zu vorher nachgeguckt extra Ich hab auch einmal hab ich noch Copyright Musik eingegeben Habe ich ein Video damit gemacht Einen Tag später ich geh auf YouTube und hab einen scheiß Shrek kassiert Aber hör mal hör mal Also ich hab Werbung Das ist so geil das Lied Das ist so geil Das ist so geil Das ist so geil Das ist so geil Mal aus, mal aus Mal aus Mal aus Machst du mal aus Machst du mal aus Hör deine Supporten an Marie seht raus Machst du größer Hör das jetzt mal so an bitte Ha? Semester corriente Ich kenne auch noch sehr geile. Das war's für mich. Ich habe mich, ich habe mich, das war's für mich, okay? Mh Mh ich mach alles denn die Aufnahme Was? Mh 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 Ich mach kurz mal ne Mh Ich kann es dir auch verlassen Nein, ich mach eine Mhaufgabe, ich hab die Kuss erledigt, dann kann man machen Mh Was? Hallo? Korumayaklar Yazın yürüle Seyfendi bir yıldır Ben Geçer bir ömür İstersen dağlarla Vakti istersen Oynar, oynar, oynar Sursuz kalbim kese Başkanın İstersen dağlarla Vakti istersen 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 Bura Taka İstersen Na, hast du gesagt? Scheiße. Was ist das denn? Ich hab das Aussehen ausgemacht. Digger. Wie findest du das? Sehr krass, oder? Scheiße. Digger, hallo, das San Andreas 7. Ich sag mal nichts. Digger, das hört sich an. Digger, ich darf jetzt erstmal gleich einen Hubschrauber voll mit Mess. Digger, ich bringe den dazu, den anderen Hubs α zu holen, und den Mess dann auch zu verteilen. Was ist wirklich? ist dann kann man gleich deine Scheiße machen okay ja aber auch zackig sonst knallst kürzelt ich hab Ponga, ich hab Bock auf Chewings ey Digga Hallo ich weiß Leute das ist nur ein kleiner A-Loch ich bin kurz aufgeraad ey Digga hör mal zu ja drüben, ich seh grad nach links gegenüber des hauses seh ich grad alle der livestreams man zockt glaube ich Minecraft oder so seh ich grade auf so großem Fernseher ich schwörs, ich hab's anders spannend ich bin kurz aufgeraad ja, ich hab's beim Fressen und beim Packen, Alter ja, danke ja, danke sag da auch noch zeig 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 Blacky, Alter nein, Spaß ist kurz Leute, gant ihn gant ihn die 200 Abonnenten bitte hat er verdient und machen einfach mal die 50 Abonnenten vor bei Widerschaft irgendwie da hat er die Zorn und Abonnenten auf Ehre Ehre bis sie Ehre Ehre ist ein Bestandteil der Selegation oder wie das heißt Deutschland weiß ich grad nicht aber Ehre ist Ehre Ehre sonst knallt sagt er einfach zu mir ich versuch immer mal eine Facecam zu kaufen für die Playstation weiß ich mir schon was passiert aber irgendwann auf jeden Fall dann leist ich mich mal mit Facecam auf Playsy auch nice Digga ich mag maximal knapp 15 Minuten für die Scheiße brauche Digga das hab ich anders verkackt du weißt alleine jetzt schon Scheiße weil ich hier nach der Fattestigung gleich wieder zurück und der kennt einfach der tötet einfach in seinem Apartment in seinem Büro einfach das ist manchmal so so fetzack aber krönt der Junge zack ok 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 Ananas soll ich jetzt mal Ananas Ich hoffe ich kriegt noch für gutes Geld und zwar nice und da ist ihn da wir schaffen das wir schaffen das drücken wir einfach die Daumen Ich hab voll Bock auf Chicken Wings, eigentlich. Die Chicken Wings, so eine Zwölfer Chicken Wings, so eine schöne, fleischige Pizza, also ein bisschen dünner Fleisch drauf, tatsächlich. Und noch so gefüllte Pizza-Bütchen mit Geflügel-Schinken. Aber das Geflügel-Schinken, so Putenbrust oder sowas, ist echt geil. Jetzt ein bisschen schätze, dass länger dauert. Aber sieht bisher mit der Zeit sehr, sehr gut aus. Bikerverkauf. Von den Dingen guck ich gleich mal, ob ich noch ein bisschen Ware herpflegt, also Vorräte kaufe. Auch von der Rest möchte ich gleich dann mit Dingens Bennys Dings-Monster schaffen. Und dann mein Energy richtig geil umtunen. Für 30.000 hat er so gesagt. Ich will auf jeden Fall aber auch Grasdingens haben. Und dann, nee, erstmal Kokain-Labor will ich haben. Kokain-Dings. Dann möchte ich gerne Grasdingens kaufen. Dann, ne Geldwischerei. So, ich hoffe, das schaffe ich auch. Davor immer's passiert, ich wüsste uns ab, dann ist sie mit so vorbei hinten. Also, man weiß nicht so, mehr Verkauf vorbei. Kann ich erstmal von da machen. Kurz spurt nachspinnen, manchmal mit dem linken Stick herum. Aber egal. weißt du wüsste, ob ich mich freue. Ich hab ja letztes Gewohnzeit gehabt, am 29.12. Und ich bestell mir gleich, irgendwann später, Black Ops 4, Coloky Black Ops 4. Dann, äh, Dead by Dead at Nightmare Edition. Eine schwarze Flexfit Cap. Und ein Gaming-Headset. Geil, Leute, ne? Also, ich freu mich schon richtig drauf, ey. Jetzt ist das Typ einfach AFK die ganze Zeit. Echt, ey. Schon da am Essen, ne, man? Kacken einfach. Wasser, Mensch. Jetzt zum Chat wäre das alles viel leichter, weil es damit dann schnell... So, so, so. Wir lesen jetzt so. So, so. Fertig. Digger, mein Scheiß Dick. Also, ich will mal auf jeden Fall... Irgendwann mal für genug Geld für... Also, ich will da erstmal das Gras-Labor, Kaffee-Labor holen. Geldwäscherei. Dann will ich mir mal nachtel-Nacht-Club kaufen, hier mit in der Instat für 2 Millionen etwa, über 1,2 Millionen. Und, ja. Und, ja. So, jetzt wirst du mir firm... Schmerzen, ja. So, jetzt... Wir haben... So, jetzt... Und, ja. Wir haben... ... und jetzt... Jetzt... ...und... Ihr... ...will ich mir auch einen guten PC kaufen, von... Natürlich, weil ich mir dann angespart habe, dann versuche ich auch Videos hochzuladen. Oh, das war's knapp. Das war richtig knapp. Und wir auch gute Videos hochladen, nicht nur Livestream. Das finde ich manchmal, Leute, bestimmt fragen sie sich das. Jo, warum geht der nur live und lädt der keine Videos hoch? Das ist relativ sehr schwierig, auf der Playstage zu kacken. Das ist recht schwierig, finde ich. Und deswegen mache ich lieber Livestreams, die Stunden gehen. Meistens. Und ich nehme die mal seit neuestem jetzt. Und das finde ich ganz viel besser. Da können sich Leute ein, zwei Stunden sich was angucken von mir. Oder können auch andere, wie das angucken. Ich hab natürlich auch früher ein bisschen, vor Monaten, von Anfang 2020. Äh, Fortnite gelistreamt. Und da sind ein paar Leute von mir abgegangen. Aber ich finde Fortnite nicht. Gucken, wie es ein paar Seasonen wieder aussieht. Mit Fortnite. Oh geil. Digga, kannst du ein bisschen das Geld nehmen? Ich bin wieder am Ausrasten, ne? Warum? Morgen Online-Unterricht. Wir dürfen nicht im Kinderzimmer machen, oder wenn, dann mit offener Tür. Aber es dürfen keine Hintergrundgeräusche sein, wie Geschwister oder so. Soll ich die mal eben kurz töten, oder was? Hahaha, Alter. Digga, ich hab grad 148.000 gekriegt für die Aufgabe. Oh, dann verlass mal dein CEO. Mach ich. Aber können wir erstmal kurz zu Bennys Garage gehen? Äh, doch, doch. Weil ich möchte das kurz fertig machen mit einer Mission. Oh, lass es mal bei dir machen, ist besser. Ich hab verlassen. Digga, chillst du einfach, die hat ein Apartment. Digga, einfach über mein halbes Leben erzählt. Ich hab' dann komm´ mal ein kostenloses Essen über dem Geld. Geil, oh. Ich komm' ab in Heli. Ich muss ja mit Heli Messel liefern. Nicht wunder.. Oh, das Paket ist weg. Läuft, ich hab 148.000 mit dem Geld gucken, ich will mal das Auto investieren, was du hast dieses Tokio-Drück-Auto, was wir nennen Nice Oh, von dem restlichen Geld? Keine Ahnung Also du musst mal Online-Unterricht Alter, richtig schlimm Keine Tür zu? Also guck Online-Unterricht Die dürfen nicht im Kinderzimmer Sonst, ich hab halt ein Computer in meinem Zimmer, aber wenn wir im Kinderzimmer machen, dann muss die Tür offen sein, aber es dürfen keine Hintergrundgeräusche sein, wie Geschwister oder so Hey, dann sag einfach, ich bin nicht im Kinderzimmer zum Beispiel in den Wohnzimmer Na klar Man sieht, dass das mein Zimmer ist So kommen wir spielen kurz Don Cross the Line Kommt zu den Dann kannst du dich mal hier auf die Couch Möchtest du mir jetzt einen Lulern? Ja Geil Geil Hahaha Warte Ey, was heißt ihr denn jetzt? Wir spielen Don Cross the Line Haha, einfach Roma Ich will, dass die spielen Mach bereit Das ist doch voll scheiße Das ist doch voll scheiße Ready now Na Na Wie geht das? Das muss ich machen Das muss ich machen Jaaa 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 Na war noch kein Willen, Digga Ich kann nichts machen Ich hab meinst, ich kann meinst, ich kann meinst, ich kann meinst, ich kann meinst nicht bewegen Das muss ich machen Ah Wie soll ich zurückkommen Wie bist du Digga Digga ist ich doch mal oder soll es ich habe ich jetzt verloren ausstehen weil ich verlassen die ctl die gab ich kann aber bitte das muss muss sein geld versteckt in meinem arsch ich sag bitte durch mich solche schimpfen das könnt ihr sagen wir kommen da sechs leute zu wahrscheinlich wirklich solche foto schicken also glaubst du mir ich bin ein monster Lass mich mich streiten, ah ja. Lass mich mich streiten. Digga! 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 Flieg! Ich markiere. Das stimmt jetzt extra ab, wenn du so weiter machst. Arschloch. Oh ne. Mach doch! Diggaaaaaa! Er ist dein Schulz. Ich geh jetzt ab, klar, ob ihr Bescheid nicht mehr da sind. Digga, wir sind tot! Hol den Auto! Beile dich! Hier, hier, hab, ich hab ein Auto. mit dem fährst du jetzt einfach weiter weiter große auto beschädigt ich bin ich wieder da ruf mich an wenn du da bist okay dass ich Bescheid weiß bis gleich ja ich komme dann schnell erruft mich an du Arsch jetzt geht es in den Kontrollermann auf Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich muss dass wir diese Mission machen von Lama da ein musst du nicht da klar muss ich ich hab die doch auch nicht gemacht du bist ein Haus schmör so hat sich verlassen immer noch da wieder da hätte ich die Arschbühle ob ich dann ich konnte trotzdem oder sein ich habe ja verlassen mal ich bin schon mal erinnert man hat sich ich bin mal auf alle zu meinen sieben die Brüder die Brüder aber auch ein ein als erster den Todesfuhren nicht abschließend die Welt am Mann noch ich bekomme Jungs schlagt man nicht mal auf und er hat sich immer darauf braucht es tut Es tut mir leid. Alles deine Schuld! Du kleiner Huren. Mal Kata sieht was die ganze Zeit und es knottet ihn an. Mal Kata sieht was, irgendwas, ich weiß nicht was. Und er knottet die ganze Zeit an. Verarsch mich nicht. Verarsch dich nicht. Ich habe keine Schöpfe. Ich kann ihn nicht... Ah doch. Digga, ich kann nicht recht. Verlückt ich auch nicht mal. Ey, Reparaturkosten wieder. Warum hast du mich verarscht? Ich habe ihn ungewandelt. Verarsch mich nicht. Geil, sieht der aus. Ey, der sieht so geil aus. Ey, der sieht so geil aus. Ich verarsch mich nicht. Ich verarsch mich nicht. 104.000 wird sehr leise. 104.000? 904.000. Na mir stand gerade 100.000. Ja, 300.000. Wahrscheinlich, oder? Dann komm raus und zeig ihn mir. Okay. Boah, geil sieht das aus. Morau, McDermott. Morau,fürückt. Ich weiß ich jetzt bei mir. War wie viel ganz gut ablautet sein. Hu, max. You, elf. Kann ich mitfahren? Ich will jetzt gleich der Traum nehmen. Wie viel schluss bei der Reparaturkosten? 790 wegen dir. Warte. 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 790 wegen dir. Dicke, hör auf was anzuknallen, was du nicht siehst. Oder was du vielleicht siehst. Was ich vielleicht nicht sehen kann. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß, Dicke. Oder so oder so. Oder so oder so. Guck mal so oder so. Guck mal so oder so. Guck mal. Jetzt zieht der. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist grannend. Was dann? Ein Löwe. Ein Löwe. Löwenbaby haben wir. Wahrscheinlich, oder? Wirklich. So gut, ja. Wirklich, man kann sich ein Löwenbaby anzüchten lassen. Den haben wir. Ja, klar. Wirklich? Soll ich dir Fotos schicken? Ja, klar. Glaubst du mir dann auch? Nein. Komm, ich schicke dir jetzt ein Auto. Das ist mein kleiner Löwenbaby. Das ist mein kleiner Löwenbaby, guck mal. Ich stich den Blatt auf. Ja, das ist mein kleiner Löwenbaby. Ja, das ist mein kleiner Löwenbaby. Das ist mein kleiner Löwenbaby. Ja, das ist mein kleiner Löwenbaby. Ja, das ist mein kleiner Löwenbaby. Abraßu Lons Fui. Hörst du das? Stigger, was siehst du? Hör auf. Auß. Kleiner Löwen, Baby. Hör auf. Aus. Aus. Ihr seid aus. Er hört nicht auf. Das Ding ist, der sieht irgendwas die ganze Zeit. Ich weiß nicht was. Der ist den Knoter die ganze Zeit auch rum. Ich weiß nicht warum. Das kann ich nicht machen. 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 Das kann ich nicht machen für Geld. Kann ich nicht fahren? Dann mach ich auch mit der Mission. Kann ich fahren? Nee, danke. Du kannst nicht fahren. Dann fahrst du jetzt ein Ziel und komm nie wieder. Ja, dann mach ich alleine die Mission. Dann kannst du keine Spezialfahrzeuge fahren. Wir machen so, dass du die Spezialfahrzeuge fahren darfst. Okay. Okay. Er hört auf der Autos mit kaputt. A 50 einfach. Der gemacht hast du nicht mit mir. Ey. Oha. Okay. Okay. Viel Spaß. Das hat mein Auto kaputt. Was erwartest du? Lass mich jetzt wegfahren. Lass mich wegfahren. Ich hör auf. Ich hör auf. Gut. Dann komm. Ich hab 5.000 bekommen. So wie er das Geld dafür zurückkriegen was du kaputt gemacht hast. Und da ich wegen die Reparaturkosten bezahlen durfte, hab ich wieder wirklich. Danke schön. 5.000 Geld in mir. Ich schieße nur darauf, wo schon kaputt ist. Ich schieße nur darauf, wo schon kaputt ist. Ich schieße nur darauf, wo schon kaputt ist. Also mach ich ja nicht kaputt. Hallo. Deutsches Reich. Komm, net. Sag ich allen. Das hab ich allen. Als ob das Scheißding so hart laut schnurrt, Digger. Vor allem auch schnurrt, Decke knurrt, weil du immer es gesehen hast. Ich weiß aber nicht was. Ich guck's mal kurz in den Streamen. Blazer Aqua, bist du bereit? Machen so, dass du die... Du kannst, wir können sogar Ruina 2000 machen und Rocket wollte genauer. Digger, siehst du? Digger. Ich wollte die kaufen, aber ich wusste gar nicht, dass es eine gibt. Digger. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 die 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 in seinem nicht mehr genau aber man spielt auch wenn es bei mir war die in der das ist noch verletzt keine alle wir müssen aber wir brauchen genau das ist scheiße ich habe nämlich keine ratten ja, ich will mir waschbomben kaufen, das war's, denn was musst du kaufen ich habe da kein Geld, du wofür sollst du kaufen? Digga, wie hast du kein Geld? ich habe mir gerade ein Auto gekauft für 100 Euro hä? ich bin nicht gestorben ich habe alles mit dem Kanon von dem Fahrzeug kann man ihn zerstören also, ich will nicht alles machen ich habe alles in Ordnung ich habe keine merry-Macht ich habe nichts in Ordnung man einfach allean ich kann nicht den ich will nicht Oh Ist die ganze Schinesische Was ist das? Geh, geh, geh! Faisal, steck fest! Getsch, um, stuck! Oh, shit! Hilfe! Ich bin fast tot! Ich bestimme das mal in mein Sandwich, Alter! Ich bin doch einfach da, wenn du jetzt stüftest, die mich hier im Ziel gestragen. Ja, warum? Weil ich mit deinem Bach gestorben bin. Ich kriege dafür gutes Geld? Nee, Ach, noch. Ich mache jetzt einfach alles, dann habe ich ein bisschen Geld. Und ich finde das ein bisschen Geld, ich bin mit dem Geld. Die meisten tun. Wir alle machen. Abgefallen. Wo bist du? AHHHHH! Putz, 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 putz. Nein, du stippst hier. Ich hab nur einen kleinen Balken. Ein einzigen, keine beiden. Oh mein Gott. Aua! Aua! Ich höre einen Millimeter bald. Wenn der Helikopter mich so anders kriegt, dann dort. Dann sind sie überall wachlich. Hilfe! Hilfe! Aua! Putraat! Oh mein Gott, schützt! Take out the rest of the trucks, the client wants this off-crick. Will shoot the man and back. Oh, we will talk and back, they are. Oh! I got a sandwich, I see! Ist das richtig? Ja. Wie bin ich wieder? Ja, ich mach das. Ich bin auf keinen Aufmerksamkeit. Ich stirb jetzt nicht. Komm auf ihn. Ich hab den Fuß zurückgegangen. Mann! Ich bin runtergefallen. Ich rauf gerade auf. Ich rauf gerade auf. Ich rauf gerade auf. Ich rauf gerade auf. Ich rauf gerade auf ihn. weise M-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S, Ich fahr so eine kleine Mauer mit zweiterem Haar, ich fall runter. Der LKW fällt auf nicht. Ich fahr so ein. 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 einfach überlaufen wohl nie wasser wasser ist eh schneller und dann fängt es ab fass auf mich dieser Acker fährt automatisch meine Party ist kaputt mein Fahrzeug ist kaputt nein es quatsch, es brennt weil ich gegen Boot gefahren bin und ich hätte es angeschaut und es hat explodiert ach komm denn wie soll ich das für dich kommen? ich muss auch zu Abgabeort fahr einfach, frei fahr das Ding voll schlimm ich bin mit im Meer ja das Ding kann doch wohl weiterfahren denn es wäre nicht schon geträgt wäre das kaputt nein, es ist kaputt ich kann es nicht mal anfangen aufschreiben ja, dann ich müsste du mich nur noch nehmen alter, es ist kaputt es brennt einfach mit dem Wasser ja, ich sehe, dass du dann fährst fack mich lieber ab Mann, ey, ich dachte du kommst nicht auf die Karte ja, 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 ich hoffe, dass das ein Weg von dir ist mit dem anderen ist dann zu fällt woran ja, nein wohler wohler Steck auf den Blasen Blase Aqua Jürgen das war auch mit dem Leib von meiner Seite aus ich weiß jemand die mal jetzt noch machen ich bin mit dem auch ein bisschen weiter und ich glaube ich war auf der Schalke und den Spuren reingeschaut